Herzlich Willkommen zu iPad for Productivity, dem Podcast für den produktiven Einsatz des iPads im Business. Ich bin Thorsten Jickel und ich mache Unternehmen mit dem iPad Produktiver. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind bei einer weiteren Episode von iPad for Productivity und es gibt eine ganze Menge an Updates. Es gibt, und Sie wissen, ich bin immer jemand, der sagt, ja, die Nuller-Version bitte weglassen. Es gibt eine ganz aktuelle Nuller-Version, nämlich Monterey. Das ist für die Mackeys unter Ihnen das neue Mac-Betriebssystem. Die gute Nachricht ist, ich bin ja immer sehr stark im Austausch, auch mit Softwareentwicklern, mit den Systemen, mit denen ich arbeite, also der Oliver Breidenbach, mit dem ich Mimo Live ja dort sehr eng gemeinsam einsetze. Die sind schon lange in der Testphase mit Monterey, natürlich als Softwareentwickler. Und hier die gute Nachricht, Monterey ist deutlich stabiler, deutlich performanter als, so wie ich es immer genannt habe, Bug Sir. Also deswegen sage ich immer, Bug Sir habe ich auf meiner Produktivkiste ausgelassen. Da bin ich weiterhin bei Catalina. Ich habe Big Sir auf einem Zuspielrechner drauf. Da läuft es auch relativ gut, aber da mache ich auch keine wilden Sachen drauf. Bei meiner Frau habe ich jetzt ganz mutig eben einmal Monterey heute installiert auf einem Rechner. Das heißt hier generell immer, wenn sie Nuller-Version haben, würde ich natürlich immer warten. Das heißt, auf Mission-Critical-Rechnern braucht man es nicht. Wenn sie, so wie bei meiner Frau, eben die mit Big Sir doch auch deutliche Probleme hatte, dann würde ich ihnen Monterey empfehlen. Dann ist Monterey stabiler als Big Sir aktuell. Wenn die Kisten stabil laufen, so wie ich es bei meinem Zuspieler habe, dann sollten sie bei Monterey noch warten, bis sie dort auf die, aufs neue Betriebs, bis die, ich sage mal, die ersten fehlerkorrigierten Versionen kommen. Ich bin sogar so normalerweise, dass ich eigentlich immer erst, wenn das nächste Betriebssystem kommt von dem Mac, dann so noch als einer der letzten auf das vorherige nochmal aktualisiere, solange es es noch gibt. Also das heißt, mein Zuspieler habe ich jetzt gerade auf die letzte Version von Big Sir beispielsweise aktualisiert, damit ich noch hier die Big Sir Softwareaktualisierung habe, aber eben nicht darauf. Das Gute ist, dass Apple mittlerweile sogar in der Lage ist, auch auf meiner Catalina-Kiste zu sagen, es gibt hier Updates, die auch noch für Catalina verfügbar sind, die es dort entsprechend gibt. Und auf der anderen Seite muss man aber noch nicht auf das neue Betriebssystem updaten. Wichtig ist nur, dass sie dort darauf achten, dass sie eben in ihren Systemeinstellungen auf dem Mac den Haken automatische Software-Updates idealerweise deaktivieren und das manuell entscheiden. Ja, soviel zum Mac. Auf dem iPad und auf dem iPhone gibt es mittlerweile ja die Version 15.1 ganz frisch. Und 15.1 ist eine Variante, die würde ich Ihnen mittlerweile empfehlen zu installieren. Also das ist jetzt schon die dritte fehlerkorrigierte Version. Aber Sie sehen, da gibt es eben immer wieder Fehler. Ich habe zum Beispiel auf einem meiner iPads die Situation, dass bei mir die Akkulaufzeit mit iOS 15 signifikant schlechter ist als mit iOS 14. Ein Stück weit am Anfang ist das normal, weil dann noch Indizierungsvorgänge dabei sind. Aber ich hatte die Situation, dass mir sogar eben die Kiste mehr Strom gezogen hat, als ich über ein Netzteil reinpumpen konnte. Und dann ist natürlich blöd, wenn Sie, obwohl Sie das Gerät am Strom haben, Ihnen das Gerät langsam leer läuft. Also am Ende eines Trainingstages war es dann leer, obwohl es eben am Strom hatte. Also deswegen, ich habe mehrere iPads, deswegen ist es für mich nicht kritisch. Ich habe auch immer noch zwei iPads dabei gehabt, die dort eine 14er-Version drauf hatten. Also da muss man immer darauf gefasst sein, dass gerade in der Startphase auch durchaus das Thema Akku noch mal problematisch sein kann. Und auch im 15.1er Update steht auch explizit drin, dass hier noch mal Bugfixes zum Thema Akku drauf waren. Also hier immer dort natürlich warten. Schauen Sie auch immer noch mal auf die Herstellerseiten der Apps, die Sie nutzen, um zu gucken, sind die schon ready für iOS 15. Für iPadOS 15. Also die beiden Betriebssysteme sind relativ nah beieinander. Ich würde aber trotzdem immer noch mal auch beides noch mal separat checken. Und wenn Sie mehrere Geräte haben, sind wir ganz gut noch mal ein produktives Gerät auf der alten Version zu lassen. Ja, Hinweis noch mal für diejenigen, die ein sogenanntes Mobile Device Management im Unternehmen haben. Sie haben die Möglichkeit, die Anzeige von Software Updates bis zu 90 Tage zu unterdrücken. Das empfehle ich auch immer. Und Sie haben mittlerweile die Möglichkeit, Updates auch zentral anzusteuern, zu stagen, wie das so schön auf Neudeutsch heißt. Das heißt, hier gibt es die Möglichkeit, dass man zu bestimmten Zeiten werden dann oder eben während bestimmter Zeit nicht werden dann Updates sowohl für die Apps als auch für das Betriebssystem entsprechend noch mal angestoßen. Der User muss da noch mal bestätigen, dass es immer so die kleine Knäcke, die man immer noch mal dort beim Thema Apple mit dabei hat. Also 100 Prozent ausgereift ist das Thema da noch nicht. Aber zumindest wird das immer besser. Und vor allen Dingen das Thema die Verzögerung, die würde ich immer eben entsprechend einstellen. Ja, soviel zum Thema Update. Im Zweifelsfall eben immer Slow Updaten. Das ist immer eine gute Idee bei beiden. Vielleicht auch noch mal ein Erfahrungsbericht noch mal jetzt aus den ersten paar Wochen zum Thema iPhone 13 Mini. Die regelmäßigen Hörer wissen, ich habe mein XS Max getauscht gegen ein iPhone 13 Mini und ich muss sagen, ich bin wirklich begeistert. Der Formfaktor ist wirklich für mich hervorragend. Ich kann hinter mir ein Jolly hinterher ziehen am Flughafen oder am Bahnhof und ich kann das Ding trotzdem mit einer Hand bedienen. Das war so bei mir der Engpass. Also das funktioniert wirklich gut. Kann ich sehr empfehlen. Ich habe ab und zu mal noch mal das ältere Gerät in der Hand. Boah, da denke ich, was ist das denn für ein Siegelstein dagegen? Also das finde ich wirklich eine ganze Ecke passender vom Format her. Und vielleicht auch noch mal ein Tipp. Es gibt von Casetify, gibt es Hüllen, wo sie sich ihre Visitenkarte hinten draufdrucken lassen können. Ihr auf Mars. Da habe ich eben schon bei den vorherigen Geräten das so gehabt und habe ich mir das hier auch wieder entsprechend bestellt. Eine Hülle ist gar keine schlechte Idee und wenn man dann eben gleich seine Visitenkarte hinten drauf gedruckt hat, dann hat man zwei Fliegen mit einer Klappe. Und bei mir ist die mit einem QR-Code auch versehen. Das heißt, ich kann sagen, Sie können sich einfach ein Foto machen, Sie können es abschreiben oder Sie scannen es einfach und damit haben Sie die Adresse gleich digital. Also, Sie sehen, kleine pfiffige Ideen machen Ihnen hoffentlich das Leben leichter. Das ist die Idee. Und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen weiterhin viel Erfolg, viel Spaß mit Ihrem iPad, mit Ihrem iPhone und freue mich, wenn Sie nächste Woche wieder mit dabei sind. Ihr Thorsten Jickel. Das war eine weitere Episode von iPad for Productivity, dem Podcast für den produktiven Einsatz des iPads im Business. Ich bin Thorsten Jickel und ich mache Unternehmen mit dem iPad Produktiver.